Herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.tv. Mein Name ist Jens Rabe und heute gehen wir mal unter die Wahrsage oder besser gesagt, wir schauen heute mal in die Zukunft. Wir versuchen es zumindest. Also lasst uns mal gemeinsam ins Jahr 2020 schauen. Und weil wir ja hier über das Thema Optionen reden, müssen wir natürlich unbedingt über das Thema Volatilität reden. Das heißt also, wir schauen uns einfach mal an, wo die Volatilität steht im Verhältnis zu den letzten Jahren, was wir für nächstes Jahr erwarten können und was so ein paar Zeichen sind, wo ihr einfach darauf achten solltet, damit ihr euch gut vorbereiten könnt für das Jahr 2020. Also, auf geht's. So, und damit ich euch das nicht einfach jetzt nur so erkläre, sondern damit ihr ein Bild dazu habt, gehen wir einfach mal an den Rechner hinan und schauen uns einfach mal den Wix gemeinsam an. Also, wir haben hier den Volatilitätsindex VIX. Ihr wisst, dieser Volatilitätsindex, der misst die impliziten Volatilitäten der S&P 500 Optionen. Früher gab es mal den alten Wix, den gibt es immer noch VXO. Der hat das Ganze auf die S&P 100 Optionen gemessen, aber jetzt hier auf die S&P 500 Optionen und zwar mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 30 Tagen. Und wenn wir uns mal das Jahr 2019 hier anschauen, dann sehen wir hier, wir hatten noch am 24., 25., 26. Dezember des letzten Jahres einen ziemlichen Volatilitätsausschlag. Also, wir sind hier hoch im VIX bis auf 36 laufen und danach ist er runtergefallen. Den tiefsten Punkt hatten wir hier im April mit knapp 11 Punkten und seitdem schwenkt er eigentlich so hin und her. Ja, aktuell ist er so bei 14, 15 etwa. Also, jetzt hier in dem Moment, als ich das Video gerade aufnehme, 14,99. Und das ist ja so der langfristige Mittelwert. Also, momentan kann man sagen, okay, die Volatilität, die ist weder zu hoch noch ist die zu niedrig, sondern sie ist genau da, wo sie sich eigentlich befinden sollte. Es hilft ja immer, wenn man sich das Ganze mal ein bisschen aus der Entfernung anschaut. Und Charts aus der Entfernung anschauen, das bedeutet natürlich einfach, wir gehen in einen Wochenchart, ziehen uns das Ganze ein bisschen auf und das machen wir jetzt hier mal gemeinsam. Und da sehen wir hier jetzt einfach mal die letzten Jahre und vielleicht schauen wir uns erstmal die letzten zwei Jahre nochmal an. Und da sehen wir natürlich klar 2018, da kann sich vielleicht der eine oder andere von euch auch noch entsinnen. Da sind die Märkte natürlich ja gleich zu Beginn des Jahres, also der Januar 2018 war noch ziemlich gut. Dann kam dieser berüchtigte 5. Februar 2018, der VIX ist 100% gestiegen an einem Tag und daraufhin sind natürlich die Aktienmärkte eingebrochen. Also, was war zuerst der Einbruch, Aktienmarkt oder Anstieg, wurde beides gleichzeitig. Und dann hatten wir also ein sehr, sehr volatiles Jahr, also auch hier nochmal am Charts sieht man das sehr, sehr schön, das Jahr 2018 zwei wirklich große Anstiege, also hier einmal bis auf 50 Punkte im Februar und dann hier nochmal in der Weihnachtswoche bis hinein in den Bereich auf 36. Vergleichen wir das mal mit dem Jahr 2019, da hatten wir auch eine relativ stabile Entwicklung an den Aktienmärkten. Da sehen wir, dass die Hochpunkte deutlich geringer waren. Also, höchster Punkt war eigentlich dann hier schon die erste Januarwoche, aber da waren wir ja schon auf dem Rückgang. Da waren wir nämlich so bei roundabout 29, dann gab es nochmal hier sowas 23,24, hier oben nochmal 24,25 und das war es eigentlich auch schon. So, jetzt könnte man natürlich vermuten, okay, wenn wir also das Jahr 2018 eine hohe Volatilität hatten und das Jahr 2019 eine geringe Volatilität, dann müssten wir doch auch jetzt wieder eine hohe Volatilität bekommen. Aber, und dann nehmen wir uns einfach mal noch ein Jahr dazu, wenn wir uns mal das Jahr 2017 anschauen, da sehen wir, das war eine wirklich niedrige Volatilität. Also, da kann man sehr, sehr schön erkennen, dass da wirklich die Wohler extrem gering war. Ja, da hatten wir ja auch das bisherige All-Time, All-Time, heißt das so, All-Time-Low, ne? Da waren wir sogar knapp unter 9x, 8,96 und das war ja hier, nachdem Trump 2016 gewählt wurde, die Börse nach oben gerannt, wie verrückt. Wobei, Ergebnis war gar nicht so viel anders, aber es war noch volatiler als jetzt, noch volatilitätsärmer als in diesem Jahr. Das heißt also, der Rückschluss, bloß weil wir jetzt in diesem Jahr deutlich weniger Wohler hatten als 2018, müssen wir das nächste Jahr wieder eine höhere haben, stimmt natürlich nicht. Es kann also auch durchaus sein, dass die Wohler sich noch weiter beruhigt und das Jahr 2017 war nicht das einzige Mal, wo wir so eine niedrige Wohler hatten, sondern da gab es auch in den Jahren zuvor schon. Das heißt also, wir können erst mal, und das ist eigentlich die erste Kernaussage aus dem bisherigen Verlauf, überhaupt nicht ableiten, wie wird es jetzt kommen. Hätten wir jetzt eine wahnsinnig hohe Volatilität gehabt, also wie beispielsweise jetzt 2018, dann ist es relativ leicht auf die Zukunft zu schließen. Warum? Weil nach hoher Volatilität folgt niedrige Volatilität. Hätten wir gehabt eine Volatilität wie 2017, extrem niedrig, kann man auch in die Zukunft schließen und sagen, okay, sie wird wieder hochgehen. Jetzt sind wir aber gerade so mittendrin und da ist einfach alles möglich. Es kann hochgehen, es kann runtergehen. Das ist eine tolle Aussage, ich weiß, aber das ist nun mal die Realität. Das heißt, aus dem aktuellen Geschehen können wir nicht ableiten, wie wird es das nächste Jahr. Und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, zu sagen, nächstes Jahr passiert das oder nächstes Jahr passiert das, sondern wir müssen uns einfach bewusst machen, beides ist möglich. Die Börsen können weiter steigen, da gibt uns die Volatilität keinen Aufschluss und die Börsen können genauso fallen. Auch da gibt uns momentan die Volatilität keinen Aufschluss. Und jetzt müssen wir einfach schauen, okay, woran könnten wir denn erkennen, was passiert? Der Punkt ist der, es gibt so verschiedene Indikationen, worauf ihr achten könntet und ein paar will ich euch einfach jetzt nur mal nennen. Punkt Nummer eins wäre natürlich der VIX selbst. Also, wenn wir jetzt sehen würden, dass die Volatilität ansteigt, während gleichzeitig der Markt ansteigt, dann wäre das ein sehr negatives Zeichen. Weil ansteigender Markt sollte eigentlich mit niedriger Volatilität einhergehen. Wenn wir aber sehen, dass die Vola steigt, obwohl auch der Markt steigt, dann wissen wir, aha, da gibt es also schon irgendein paar Jungs, die anfangen sich abzusichern und das sind in der Regel die Informierten. Deswegen achte darauf, was macht der VIX. Wenn die Aktienmärkte runtergehen und der WIX geht natürlich nach oben, alles normal. Geht der Markt nach oben und der WIX bleibt unten und stabil, niedrig, auch alles okay. Aber wenn der Markt steigt und der WIX selber steigt mit an, dann solltet ihr auf jeden Fall genauer hinschauen, was da passiert. Punkt Nummer zwei ist die Terminstrukturkurve. Schaut euch die Terminstrukturkurve der Volatilität an. Für alle, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind und sich etwas intensiver mit dem Thema Optionen beschäftigen, die wissen, es gibt eine Volatilitätsstrukturkurve des VIX, weil der ja über Futures dargestellt werden kann. Und die ist normalerweise in einer Backwardation-Situation. Nein, natürlich nicht in einer Contango-Situation. Das heißt also, die hinteren Kontrakte sind teurer als die vorderen Kontrakte. Wenn das beginnt, sich diese Kurve abzuflachern, wenn die eventuell sogar in eine Backwardation dreht, das heißt also, dass der erste oder zweite Monat teurer ist als die hinteren, dann ist Gefahr im Vorzug und dann solltet ihr genau hinschauen. So der zweite Punkt, worauf ihr achten solltet. Also achtet da drauf. Und der dritte Punkt, und das ist jetzt wirklich was für Leute, die so ein bisschen tiefer schon in der Materie drin sind, das ist, dass ihr euch einfach mal anschaut, was passiert denn mit diesen sogenannten Black Swan Puts? Black Swan Puts, was ist das? Das sind einfach die Dinge, oder das sind die Puts, die weit, weit aus dem Geld sind. Das heißt also, heute mal angenommen, S&P irgendwo bei 3.000 Punkten, wer sich normal absichern will, der kauft irgendwas im Bereich vielleicht 2.900 bis 3.000. So, jetzt gibt es aber Leute, die kaufen auch 2.500er Puts, 2.000er Puts. Und da wissen wir, dass die eine absolut geringe Wahrscheinlichkeit haben, ins Geld zu gehen. Die haben eine absolut geringe Wahrscheinlichkeit, ins Geld zu gehen. Und deswegen sind die furchtbar billig. Aber sollte mal was passieren, so wie im Jahr 2018, im Februar, dann werden die explodieren. Die werden sich verzehn, verzwanzig, verdreißigfacher. Und deswegen kaufen die viele Fondsmanager zur Absicherung. Das heißt also, die kaufen die zur Absicherung, weil sie sagen, okay, wenn es runtergeht und wenn es über Nacht passiert, dann werden die explodieren. Und mir so ein bisschen zumindest meine Verluste verringern, die ich dann vielleicht habe. Und deswegen nennt man die Black Swan Puts, weil da muss schon wirklich was Besonderes passieren, dass die ansteigen. Also ganz pauschal gesagt, das sind Optionen, die sehr, sehr weit weg sind. So, wie kann man das jetzt messen? Ihr könnt euch natürlich jetzt immer die Preise anschauen. Nein, viel zu aufwendig. Ihr schaut euch den sogenannten Skew Index an. Der Skew Index, und ich zeige euch nochmal ein Bild dazu, der Skew Index, der sieht folgendermaßen aus. Da muss ich ganz kurz schauen, dass ich da hier reinkomme. So, hier haben wir diesen Skew Index, und der misst also, wie die sich entwickeln. Und ich mache uns mal hier eine Linie. Und der entscheidende Punkt, was bei denen wichtig ist, bei diesem Skew Index, ist eigentlich nur eine Sache. Und zwar, wenn die Volatilität niedrig ist, also wenn ihr eine niedrige Volatilität habt, und ihr seht, dass dann dieser Skew Index fällt, so wie wir das hier gesehen haben, also im Jahr 2017, runter zu aufs Jahr 2018, ist der gefallen, bis in den Januar hinein. Das heißt, obwohl der Markt super nach oben gegangen ist, obwohl die Volatilität extrem niedrig war, haben die Fondsmanager, haben die Hedgefonds, haben die involvierten Marktteilnehmer, die groß im Markt sind, ihre Extremabsicherung schleifen lassen. Das heißt, die haben die nicht mehr nachgefragt. Und deswegen, als dann dieses Marktereignis kam, waren viele so wahnsinnig überrascht, wurden überrollt von dem, was am Markt passiert ist. Und deswegen stieg dann auch die Volatilität so wahnsinnig an, weil natürlich sich dann viele in Notsituationen befunden haben. So, wenn ihr also jetzt seht, dass wir weiterhin einen niedrigen WIX Index haben und gleichzeitig allerdings der Skew auch fällt, dann müsst ihr aufpassen. Solange das nicht passiert, ist alles okay. Und aktuell, können wir uns das mal hier anschauen, sehen wir, dass die Volatilität fällt. Okay, also es ist ja der untere Teil des Charts, aber der Skew sogar ansteigt und momentan sogar auf dem höchsten Level des Jahres ist. Das heißt, die Marktteilnehmer sichern sich ab. Und das ist nicht etwa der Hinweis darauf, dass die etwas erwarten, sondern dass die Marktteilnehmer vorsichtig sind. Und das ist ein gutes Ding, weil wenn viele vorsichtig sind, dann werden nicht so viele wilde Geschäfte gemacht und vor allen Dingen, wenn es mal noch umgeht, werden viele nicht überrannt. Und das ist also so der dritte Punkt, wo ihr darauf achten könnt. Das war natürlich jetzt hier so ein bisschen mit dem D-Zug durch das Ganze gefahren. Es gibt noch viel, viel mehr Dinge, auf die man achten kann, die man aus dem Optionshandel heraus ableiten kann. Und selbst derjenige unter euch, der vielleicht nie Optionen handeln wird, der sollte sich mit diesen Themen beschäftigen. Also nochmal kurz zusammengefasst, achtet auf den VIX selbst, ob der nach oben geht, wenn der Markt nach oben geht. Das wäre ein schlechtes Zeichen. Achtet auf die Terminstrukturkurve. Solange die in Contango ist, ist alles gut. Wird die flacher, geht in Backwardation. Beobacht und achtet auf den SKU-Index. Und wem das jetzt alles viel zu schnell ging und der sagt, hey, ich habe ja so viele Begriffe gehört, klingt zwar interessant, aber ich kann damit gar nichts anfangen, für den habe ich natürlich immer noch die Möglichkeit, schau dir unten einfach www.optionsstrategien.com-termin, trag dich dafür ein kostenloses Erstgespräch ein. Und in einem ersten Gespräch klären wir mal völlig unverbindlich, ob du die Voraussetzungen hast, dass du diese Dinge dir näher aneignen kannst, dass du da ganz tief einsteigen kannst, dass du da ganz tief einsteigen kannst, dass du da sagst, okay, das sind so Dinge, die will ich näher und will ich genau wissen. Und das klären wir einfach mal ab. Das heißt, trag dich da einfach ein, wir sprechen miteinander und danach werden wir sehen, ob sich da was ergibt oder nicht. Das Gespräch ist kostenlos, ist unverbindlich und am Ende kann es passieren, weil wir sagen, okay, wir haben was für dich, kann aber auch passieren, wir haben nichts für dich. So, und deswegen trag dich da einfach ein. Ansonsten, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine ruhige letzte Handelswoche hier in diesem Jahr und alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut, bye, bye.